jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal ich bin es wieder euer jacin und ja leute heute mal nach ganz langer zeit und quasi seit einer woche mal wieder ein vorne item shop video dachte ich mir nur so einmal leute dieser neue skin ist hier drin heute ihr seht auf jeden fall eigentlich relativ sag ich jetzt mal kann man sich holen ist jetzt nicht der schlechteste skin mit dieser neuen hacke dann die ganzen skins hier noch leute die rennenfieber skins sonnenblume ist drin hier das beastboy paket und ja halt noch die ganz viele andere sachen fortnight crew und das hier und auf jeden fall leute wollte ich mich noch mal dafür bedanken und zwar dass wir jetzt die 730 abonnenten geknackt haben dankeschön auf jeden fall und ja was kommt in den shop rein das erfahren wir jetzt ok leute einmal ist marius drin einmal so und einmal so für 800 wie wachs geht auf jeden fall fit dann einsicht so und so mit dem back bin dann auch die gleichen farben dann weitschuss auch in den beiden gleichen farben dann urin mit mecha fusion sprung kitt null hacke flobber scampi liebes ranger und ja dann schmetterigen ist drin mit diesem backbling totaler null punkt echt intensiv extra terrestriale extra terrestriale kassack schock und schacker dann leute noch immer das überleben denn gemeinschaft paket drin beastboy paket ist auch noch drin batman alles noch drin und ja dann hier das hier alles noch drin diese ganzen pakete das pickaxe bundle und fortnight crew leute ist ja klar ist ja erst in einem halben monat wieder neue fortnight crew also von daher und ja leute dann auf jeden fall wenn ihr das Video gefallen lasst sehr sehr gerne den daumen nach oben da vergesst nicht den kanal zu abonnieren die glocke zu aktivieren falls ihr neu seid denkt dran chat rocket league turnier gibt es noch immer wenn wir in einer neuen wohnung sind und bei 800 abonnenten gibt es dann die nächste Verlosung also gerne alle abonnieren und aktiv am start bleiben damit ihr wisst wann ich die 800 knacke weil momentan mache ich noch bei jedem vollen 100 abonnenten eine Verlosung und ja wie gesagt lasst gerne ein like auf das Video da und ich werde auch wieder jetzt öfter streamen am Mittag und dann würde ich sagen haut rein bis dann und ciao ciao